Sie sind hier, 10. Oktober 2018, 15.18 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern die Thomas Sabo Eis-Tigers-Treffen in der CHL of Iru and Dragons Urheberrecht Getty Images Die Thomas Sabo Eis-Tigers wollen mit einem Sieg gegen den Gruppenletzten die Tabellenführung übernehmen. Sport einüberträgt das CHL-Duell live im TV und Stream Zwei Spieltage vor dem Ende der Gruppenphase in der CHL haben die Thomas Sabo Eis-Tigers noch immer den Gruppensieg vor Augen. In der Gruppe F liegen die Franken nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Kepit Ulu aus Finnland. Am Mittwoch wartet gegen den Tabellenletzten Ruhe and Dragons ein Schlüsselspiel, das unbedingt gewonnen werden muss, ab 19.55 Uhr live im TV und im Livestream. Die Franzosen liegen mit bislang drei Punkten abgeschlagen am Tabellenende. Nürnberg und Berlin live schon eine halbe Stunde vor den Nürnbergern greifen die Eisbären Berlin ins CHL-Geschehen ein und versuchen gegen Nehmann Grott nur Schadensbegrenzung zu betreiben. Ab 19.25 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Livestream, der Hauptstadt-Club steht nach vier Spielen in der Gruppe D noch ohne jeglichen Zähler da und hat keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Dennoch wollen sich die Berliner mit zwei abschließenden Erfolgen gegen den Klub aus Weißrussland erhobenen Hauptes aus dem Wettbewerb verabschieden. So können sie die CHL live auf Sport 1 verfolgen. Sport 1 wird die Champions Hockey League auch in ihrer fünften Saison ausgiebig begleiten. Insgesamt sind, von der Vorrunde bis zum Finale, über 35 Spiele live im TV auf Sport 1 und Sport 1 sowie im Livestream zu sehen, darunter alle Spiele der drei deutschen Mannschaften. Untertitelung des ZDF für funk, 2017